In der Welt der Bücher ist in letzter Zeit mal wieder viel passiert. Ein guter Grund für uns, mal wieder Hauke Hader zu besuchen. Ja, moin moin, mein Name ist Hauke Hader von der Buchhandlung Almut Schmidt aus Bries Friedrichsort. Man kennt uns eventuell vielleicht auch durch den Begriff Leseschatz, den wir kreiert haben und mit dem wir auch schon in der Buchwelt hausieren gehen. Das heißt, ich habe einen Blog, einen YouTube-Kanal, darf auch schon teilweise Texte für die Rückseiten schreiben und ich sage auch die ganze Zeit wir. Das heißt, wir sind natürlich meine Frau Sonja und ich, Hauke, die die Buchhandlung halt gemeinsam betreiben und eigentlich auch alles gemeinsam machen und dementsprechend sind wir es beide. Und wir sind auch beide in Folge wieder nominiert worden bzw. ausgezeichnet worden. Monika Krütters hat vor mehreren Jahren den Deutschen Buchhandelspreis ins Leben gerufen. Das ist ein Preis, der unsere Arbeit als Buchhändler halt in den Vordergrund stellt und auch auszeichnet dadurch durch die Tätigkeiten. Es reicht ja eventuell nicht nur, dass man eine Buchhandlung hat und den Ladentor öffnet, sondern was macht der Buchhändler Besonderes, um halt Kultur, Literatur an den Mann, an die Frau, an das Kind zu bringen bzw. dafür zu begeistern. Das tun wir eigentlich mit Herz und Blut. Wir leben für die Literatur, wir lieben diese. Und das Wort jetzt in Folge sogar zum dritten Mal wurden wir ausgezeichnet, erkannt. Dementsprechend sind wir darauf unglaublich stolz und auch gerührt, weil unsere Bemühung, die Liebe zur Literatur, sichtbar wird dadurch. Das Besondere auch ist, das heißt, wir haben ihn ja dreimal bekommen, den Preis. 2019 haben wir ihn als erstmals bekommen, 2020 dann auch. Anführungsstrichen den normalen Preis, der schon unglaublich toll ist. Aber es gibt drei Kategorien, das heißt, herausragende Buchhandlungen, dann gibt es noch die besonderen, hervorragenden Buchhandlungen und dann gibt es die besten Buchhandlungen. Also diese drei Titel werden vergeben. 118 Buchhandlungen wurden jetzt zum Beispiel in diesem Jahr ausgezeichnet. Fünf davon sind besonders herausragende Buchhandlungen und dann gibt es noch drei beste Buchhandlungen. Wir gehören zur zweiten Kategorie, das heißt, wir sind in Deutschland eine von den fünf Buchhandlungen, die anhand der Jury besonders hervorragend sind. Das macht uns natürlich sehr stolz. Wir waren auch bei der Feierlichkeit, die Preisverlangen fand in Erfurt statt. Monika Krütters hat als Gastgeberin mit der Jury zusammen uns eingeladen. Dementsprechend hatten wir auch mal, danke auch dafür für das Verständnis an alle Kunden, mal zwei Tage den Laden zugehabt. Uns sind nach Erfurt gefahren bei so einer Feierlichkeit und wollten wir natürlich dabei sein und haben einfach mal uns dort feiern lassen dürfen. Das war unglaublich toll. Also wer mag, beziehungsweise wer möchte, sich anschauen möchte, was ich so betreibe, kann mich gerne in den sozialen Medien finden. Man findet mich unter dem Begriff, wie kein Leseschatz, Hauke Hader, Buchhandlungen, ich glaube, da wird jeder sehr fündig. Um auch zu sehen, nicht nur, wenn man nicht viel Zeit hat und man Besprechen über Bücher lesen möchte, auf leseschatz.com hat man auch die Möglichkeit bei YouTube unter dem Kanal der Buchhandlung Alman Schmidt, auch wieder den Begriff Leseschatz TV, stelle ich dort eigene Filme ein, indem ich kurz meinen Leseeindruck vermittle, aber auch schon tolle Gäste einladen durfte, die halt bereit waren, hier mit mir vor der Kamera zu sitzen, wo ich ein kurzes Gespräch führte, oder halt die mir halt Material zukommen ließen, was ich denn verwenden konnte. Also sind großartige Gäste schon dabei, Iris Wolf, Rolf Lappert, Sebastian Fitzek, sind jetzt nur ein paar Beispiele, die ich rausgreifen möchte, die schon bei uns auf dem Kanal zu sehen sind. Also ich würde mich unglaublich freuen, Sie anstecken zu können und den Lesespaß weiter verbreiten zu dürfen. Vielen Dank. Aber natürlich war das nicht alles, denn jedes Mal, wenn wir bei Hauke sind, dürfen wir nicht gehen, bevor es nicht noch einen Buchtipp gibt. Ich habe natürlich auch wieder Buchtipps mitgebracht. Gunda Goschen, wo der Wolf lauert. Gunda Goschen ist eine großartige israelische Autorin, die es immer wieder versteht, cineastisch zu schreiben. Das sage ich aus dem Grund, weil sie hat Psychologie studiert, dann aber auch Drehbuch und auch Film. Und ihre Bücher sind halt mit diesen drei Begrifflichkeiten gut zusammenzufassen. Hier eine israelische Familie, die nach Amerika ausgewandert ist um halt den Frieden für sich zu finden, also den Unruhen Israels entkommen wollte. Der Mann macht Karriere in Silicon Valley. Also die haben einen Wohlstand sich erarbeitet, dem sie sich auch wohlfühlen und haben auch so eine Sesshaftigkeit bekommen, sondern so ein Heimatgefühl hat sich hier eingesetzt. Der Sohn ist so ein Stubenhocker, den sie immer mal wieder motivieren wollen, rauszugehen, beziehungsweise Sport zu machen, aber er lässt sich dafür nicht richtig begeistern. Bis es zu einem Anschlag, terroristischen Anschlag mal kam, der die jüdische Gemeinschaft hier durcheinander gerüttelt hat. Jetzt wird er dazu überzeugt, doch mal auch einen Selbsthilfekurs zu machen. Und da fängt er Geschmack dran, also bekommt er Geschmack dran und ist auch von diesem Lehrer so angetan. Der lehrt auch nicht nur Verteidigung, sondern auch wie man im Wald überlebt etc. Eines Tages, jetzt kommt der dramatische Moment, ist er auf eine Party eingeladen. Er möchte da eigentlich gar nicht dabei sein, geht aber doch hin. Und da ist ein anderer Junge, da scheint es auch immer schon ein bisschen gekriselt zu haben zwischen den beiden und der kommt bei dieser Feier um. Anfänglich wird vermutet, es seien Drogen, also Missbrauch da gewesen. Was auch immer genau davor gefallen ist, die Polizei ermittelt. Und Adam, so heißt der Sohn dieser Familie, ist einer von denen, der eventuell was mit diesem Fall zu tun haben könnte. Also die Familie, die in Frieden sucht, aus Israel ausgewandert ist in Amerika, stellt sich jetzt vor der Problematik, dass der Frieden vielleicht in der eigenen Familie nicht ganz gewahrt ist. Großartige Literatur, wieder von Gunnar Goschen, die ja bekannt geworden ist mit Löwenwecken. Danach kamen ja Lügnerinnen. Also alles Texte, die man, finde ich, kennen sollte. Und wer noch nichts von ihr gelesen hatte, sollte jetzt das mit diesem Buch spätestens nachholen. Mein nächster Tipp, Annette Hug, Tiefenlager, ist ein Buch, was uns alle angeht und unglaublich wichtig ist. Es ist ein literarisches Meisterstück, es ist toll geschrieben, aber es spielt hier mit einem Szenarium, was immer noch nicht richtig angepackt worden ist, beziehungsweise ausgeschwiegen wird. Weil es geht um den Atommüll. Wir sprechen immer von Zwischenlagern und es gibt kein richtiges Endlager. Und was heißt Endlager? Heißt, wie lange muss Atommüll eigentlich lagern, damit er abgebaut ist? Wir reden von einer Million Jahre muss Atommüll lagern, damit er verschwunden ist, beziehungsweise nicht mehr strahlt, tödlich strahlt. Damit spielt Annette Hug, das heißt, die Protagonisten, es sind fünf Protagonisten in diesem Roman, aus verschiedensten Hintergründen, sie kommen aus verschiedensten Ländern, sie haben auch verschiedensten Wissensgrade, das heißt, der eine ist Atomphysiker, die andere ist Krankenschwester, die andere ist Linguistin etc., die per Zufall auf die Idee kommen, da zu agieren. Denn die Frage stellt sich an, Millionen von Jahren später in unserer Zukunft, was sind das für Menschen? Was sprechen die? Können sie unsere Sprache überhaupt noch verstehen? Wie können wir die zukünftigen Generationen vor dem Müll, den wir hinterlassen, warnen? Spannendes und wichtiges Thema, was immer totgeschwiegen wird und nicht angepackt wird. Der Roman macht es endlich. Es ist so, dass diese Protagonisten auf die Idee kommen, wie können wir das in Zukunft transportieren? Was hat sich immer durchgehalten? Das heißt, Kirchen und Religionen. Sie gründen einen Orden und in diesem Orden halten sie für alle ihre Gedanken fest, jeder auch die Möglichkeit, sich selber einzubringen und versuchen dadurch, die zukünftigen Generationen zu warnen. Großartiger Text, der nachdenklich macht, spannend geschrieben ist und immer wieder verschiedenste Blickwinkel auf die verschiedensten möglichen Szenarien zeigt. Ein Buch, was keine Angst machen soll, es aber irgendwie dann doch tut, aber nicht so erschreckend ist, sondern es ist immer noch das, was es ist. Große Literatur. Ich wünsche ihr Lesenstunden. Zum Abschluss hat Hauke Harder noch ein persönliches Anliegen. Eine kleine Bitte, dass Sie einfach das Kulturgut-Buch einfach noch weiterhin wertschätzen können, wir alle gemeinsam. Gibt es einen Slogan, den ich eigentlich gelernt habe, als ich in der Buchhandlungslehre war. Hat jede Buchhandlung früher an seiner Tür gehabt, das drei geschwungene B. Diese drei B standen für Bücher beim Buchhändler. Das war's. Vielen Dank.